Hi zusammen, heute bin ich nicht allein, ich habe die liebe Vanya bei mir vom Kanal Kind of Rosie und falls ihr sie noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall in die Infobox, da werde ich euch ihren Kanal verlinken und auf ihrem Kanal gibt es übrigens auch noch einen Teil 2 dieses Videos, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, es soll heute um Handy-Fails gehen und merkwürdige Situationen, die man damit so erlebt und ich glaube, da erkennt sich jeder irgendwo wieder. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr auch kennt oder falls ihr noch neue Situationen habt, schreibt sie auch in die Kommentare und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Hallo? 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 Ah, kann ich kurz noch das Parfüm fotografieren, was du mir gegeben hast? Ja klar, das war schön, gell? Ja, das riecht so gut. Lass mir mal ein Foto machen, Moment. Ja, machen wir auf Snapchat oder so oder auf Instagram. Echt jetzt? Oh, voll cool. Ja, bei mir auch. Ich habe letzte Woche was voll Cooles erlebt und zwar muss ich dir das unbedingt noch erzählen. Ich war, Moment, Moment, ganz kurz. Ähm. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht gerade gekriegt, aber schreibe ich gleich zurück. Also. Hallo? Oh, äh. Waren da die zwei blauen Hättchen dran? So, dann check ich mal ganz kurz meine Kommentare. Oh shit, Tonverkehr. Hm, hat niemand gehört. Ganz bestimmt nicht. Hm, oder doch? Wirklich, ich habe eine Seite. So, das ist irgendwie... Oh, ok? Wirklich, deusgegen? Ich habe meine Sachen. Ich habe meine Sachen, die Sachen aus Adenos zuheben. Und ich habe eine Sachen, die Sachen aus Super-Meziage gemacht. Ich habe rausgeschaut. Entschuldiges Wetter heute. Ja, nicht schlecht. Kann ich mal wieder ein Foto machen für Instagram. So, oh ja, sieht gar nicht schlecht aus. Oh, toll. Dann mache ich doch jetzt einfach ein paar mehr. Jetzt wird bestimmt was dabei sein. Okay, jetzt noch entscheiden. Oh ja, Stunden später. Ach, ich nehme jetzt einfach das. Ja. So, endlich mal wieder mein Handy aufräumen. Alles in Ordner schieben und sortieren. Ja, so ist gut. So, jetzt habe ich ja alles so schön aufgeräumt. Wo ist jetzt die App? Hm, war sie da? Nee, da auch nicht. Verdammt, wo habe ich die bloß eingeordnet? Was war da mein System? Ach, besser nicht aufräumen. So, Vanja noch kurz fragen wegen unserem Video, ob sie da drauf Lust hat. Bin ich gespannt. Hä? Oh Mann, blöde Autokorrektur. Ich meine natürlich stricken. Ich hoffe, das versteht sie jetzt richtig. Jetzt schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Situation euch bekannt vorkam. Und schaut bei Vanja vorbei. Eben für Teil 2 und allgemein macht sie super coole Videos. Oh, danke. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen, hat euch unterhalten. Und wir wünschen euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.